Hallo ihr Lieben, ich habe mich so gefreut. Ich bin in den Warnhof Charts auf Platz 2. Schaut mal echt vorbei und ich würde mich in der nächsten Woche noch mal freuen, wenn ihr jetzt für mich voten würdet noch vor Montag. Das wäre mega nett, weil bis Montag 8 Uhr kann man dort voten und das wäre mir echt eine mega Freude. Ich wünsche euch hiermit schon mal ein schönes Wochenende und bis dann. Eure Christina. Tschüss.